Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egonson und der Bürgermeister von Las Vegas. Wir sind dabei, die Glücksspielgeschäfte an uns zu reißen. Ich mach mir Sorgen, Bürgermeister, ich hab einen mit dem Drohbrief bekommen. Sie wollen, dass wir sämtliche Untersuchungen zu Verbrechen in der Gegend einstellen. Vergessen Sie es, wir müssen die Spielhalle um einige echte Spiele erweitern. Was? Was? Hä? Was ist das ein Bluff? Fügen Sie der Spielhalle Münzautomaten hinzu? Haben wir gemacht. Fügen Sie der Spielhalle Blackjack T-Shirt hinzu? Haben wir gemacht. Verdienen Sie in den Casinos weitere 5000, das müsste in einer Stunde passieren. Täglich weitere bringen Sie Spielzentrale auf die Stufe einer Glücksspiel-Ink. Ach, dass Sie das nicht irgendwie anders nennen können und regeln können, sodass ich es auch verstehe. Der hier keine Ahnung von Inks hat und so weiter und so fort. Aber so wie es aussieht, müssen wir einfach einen täglichen Gewinn von 200.000 einfahren. Was sehr viel ist. Ach, und tatsächlich haben wir das geschafft. Bauen Sie die Villa Ihrer Träume. Machen wir doch. Gerne. Eine Villa baue ich mir immer gerne. Und zwar hier ist der Schlenderpark, der uns hier alles versperrt. Aber können wir die hier überhaupt bauen? Oh ja, die können wir hier bauen. Ja, dann mach das doch hier hinten. So ein bisschen abseits, ne? Damit wir nicht beim Pöpel sind. Wobei natürlich wir mit der Villa wunderbar hier ein Nobel-Casino errichten könnten. Machen wir das abseits vom Verkehr so ein bisschen, weißt du? Müsste eigentlich funktionieren. Abwasserprobleme. Abwasserprobleme. Wo ist denn unser Abwasser? Kläranlage kann man sich leisten. Abwasser-End. Wir haben doch keine Abwasser-Endrohre. Wir müssen noch eine Kläranlage haben, oder? Da hinten. Kläranlage. Sehr schön. Wir brauchen Strom. Strom, okay. Warum wird man dann... Weißt du, Abwasser wird mir angezeigt, aber Strom nicht. Seltsam. Energie aus der Region brauchen wir nicht. Wir haben hier selbst ein ganz tolles Kohlekraftwerk, das wir einfach nochmal erweitern. Zack. Jetzt haben wir Strom im Überfluss, denke ich doch. Im Überschuss sogar. Ja, wunderbar. Und können auch noch mehr Abwasser verarbeiten. Wenn wir das Geld hätten. Und wir machen Minus pro Stunde. Stromausfall. Weil jetzt alle ihren Betrieb eingestellt haben. Und vor allem die Industrie, die es gar nicht gibt hier. Wo war ich stehen geblieben? Wir wollten... Ui, ui, ui. Das ist natürlich schlecht für das Geschäft. Und das hier ist eine schöne Ecke. Die gefällt mir. Uah! Haha. Mitten in die Hochhäuser-Schluchten der edlen Luxuspensionen. Auch schön, wie die hier wirklich press aneinander stehen. Die gehen sogar ineinander über. Und der Pool darf nicht fehlen. Hotel Krapfen. Es regt mich auf, dass wir kein Abwassersystem hatten. Ich bin sehr nachtragend. Das sollen ruhig alle wissen. Junge... Also Stromhammer. Da bin ich mir sicher. Dauert nur, bis es halt vom einen Ende der Karte bis zum anderen Ende der Karte angekommen ist. Kann sein, dass der Verkehr da auch eine Rolle spielt. Oh, es kann natürlich aber auch sein, dass wir keine Nissan Leaf Ladestationen in der Stadt haben. Oder? Ne, wir haben schon eine gebaut, nicht wahr? Irgendwo haben wir bestimmt eine gebaut. Nicht. Doch hier. Nicht. Brauchen wir hier auch noch eine. Klaro. Zu wenig Simoleons. Wir haben keine 5000 Simoleons. Simoleons. Wir haben ein Problem. Wir nehmen noch einen Kredit auf. An ihm. Einfach nur, um die Nissan Leaf Ladestation bauen zu können. Sie haben es irgendwie geschafft. Ich habe mir aus Quatsch dieses Ding heruntergeladen. Und nenne es jetzt in jeder Folge mindestens zweimal. Und wenn ihr morgen beim Autohändler steht und ihr seht Nissan Leaf, denkt ihr erst. Ha, das ist ja das aus der City. Aber eigentlich, ja. Hier, nimm mein Geld. So sieht es nämlich aus. Ich wollte irgendwann mal ein Luxusviertel bauen mit einer Bürgermeistervilla und einem noblen Casino. Warum nicht? Weil, äh, es gibt kein Gegenargument eigentlich. Wir sind hier komplett im Beginn, aber auf Nummer sicher. Hauptsache, ihr funktioniert jetzt mal wieder. Hoppla. Ähm. Weiterhin, äh, Bussystem, Züge, Zugsystem. Was ist da los? Bahnhof geschlossen, weil sie Wasser... Wasser. Wasser ist da. Wasser ist da. Weißt du, ich habe hier nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe Dinge zu tun. Ich bin Bürgermeister von Las Vegas und da kannst du mir nicht mit falschen Tatsachen kommen, ja? Damit das mal klar ist. Ich habe hier wirklich also alle Hände voll zu tun, dieses Abwasser hier eigenhändig zu reinigen. So, fünf Verbrechen pro Tag. Wir brauchen mehr Polizei. Wir haben uns allgemein erreicht, aber da geht noch einiges an Hubschraubern und an Zentrum zur Verbrechungsbekämpfung. Können wir uns nicht leisten. Wie sieht das aus mit Gefängniszellen? Die sind perfekt. Heieiei, trotz zweierlei Polizeistationen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir die kleine bald auch durch eine große ersetzen. Aber so weit muss es erst mal kommen. Kohlevorräte knapp. Daran liegt es, oder was? Aber wir nehmen doch alles schon an aus der Umgebung und vom globalen Kohlemarkt. Vielleicht hatten wir nicht genügend Geld, um Kohlevorräte zu... Warte, warte. Da steht einer. Da steht ein Kohlelaster. Und ist angekommen. Zack. Schon haben wir wieder Kohle. Hui. Das war ja knapp. Und da steht auch noch einer. Aber der fährt gerade weg. Verlässt sich statt. Okay. Gut. Und das Abwasser muss auch... Also das reicht auf jeden Fall. Ihre Abwasser-Endrohre sind überlastet. Ich habe noch Abwasser-Endrohre. Was wurde denn bitte? Ich hatte noch nicht wirklich noch Abwasser-Endrohre. Das hier ist das Einzige, was wir haben. Blüpp. Ja, 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 ja. Okay, können wir uns jetzt bitte mal ums Glücksspiel kümmern? Ja, danke. Ja, ich bin ein bisschen krantig heute. Ich bin ein bisschen krantig. Können wir auch mal muffig sein. Weißt du, mir bleibt das ist mir unbenommen. Auch mal muffig zu sein. Machen wir, wieso muffig sein? Ne, sind ein muffig. Kein Geld. Verstopfste Rohr. Kein Geld. Steuern. Ja. Erhöhen Sie die Steuern. Warum läuft das denn momentan so schlecht hier mit den Steuern? Sag mal. Wo ist unser... Wo sind unsere Glücksspielgewinne denn nur hin? Wieso machen wir die nicht mehr so wie früher? Junge. Okay, welche? Du. Guck mal mal. Oh, tatsächlich. Sag das doch. Aber warum steht dann hier Überschuss, Produktion, Kapazität, exportiert, importiert? Ja, das müsste lockerflockig reichen, aber hier steht eine andere Zahl als hier. Warum ist das so? Oh oh, da fließt wieder was zurück. Das ist gar nicht gut. Oh, wir brauchen mehr Geld. Überall fehlt es an Geld. Was haben wir denn jetzt hier bitte gemacht? Wie sieht es denn mit Veranstaltungen aus? Die letzte Auszahlung waren 50.000. Okay, das Globetheater. Geschlossen. Hat geschlossen. Weißt du, keine Leute haben, die arbeiten wollen. Oh ja. Und hier können wir keine neue Veranstaltung planen, weil wir nicht das Geld dazu haben, es zu organisieren. 30.000 brauchen wir dafür. Oder aber liegt das halt auch daran, dass wir uns nicht drum gekümmert haben und jetzt schon länger nicht mal vorbeigeguckt? Heieieiei. Heieieiei. Das Abwasser hält die Touristen weg. Die Touristen kommen nicht und zahlen kein Geld in die Casinos. Und die Casinos machen keinen Umsatz und die brauchen wir, um Umsatz zu machen. Wisst ihr was? Dann schauen wir uns doch einfach mal noch ein paar von diesen wunderschönen Gebäuden an. Investitionsberatung an Preiser. Investitionsberatung in der Casino-Stadt ist auch schön. Da frage ich mich, was Sie wohl so vorschlagen. Ich würde in Roulette investieren. Die Roulette-Kugel ist diese Woche besonders gut zu Ihnen, glaube ich. Ah ja, danke. Und wie viel würden Sie da vorschlagen? Alles. Alles. Wie alles? Alles, was Sie haben. Mein ganzes Erspartes. Ja. Aber, ja. Nix aber. Hab ich Glücksspiel studiert oder Sie? Wir heben uns das Geld auf. Wir Straßen upgraden. Brauchen wir jetzt echt nicht. Yay. Wir machen langsam aber sicher wieder ein bisschen Geld. Jetzt haben wir hier Probleme bei das Begonas. Aber ich würde sagen, um die kümmern wir uns gar nicht so sehr. Ich würde eher sagen, klar können wir jetzt noch irgendwie ewig warten, bis wir das Geld zusammen haben, um hier noch eine noble Ecke zu bauen. Hier wäre ja schon nice. Hier sind die Grundstückspreise eh schon gut mit oben dabei. Da können wir ja zum Beispiel aus dem Glitzerbeckenpark mehr machen. Wenn wir zum Beispiel hier, oh, hier, das wäre natürlich ganz raffiniert, verbinden wir das hier, hauen hier die Bürgermeistervilla rein oder hier. Das müsste passen. Wobei, die kostet aber auch 30.000, aber die passt hier hin. Und dann machen wir hier das noble Casino nebendran. Ja, da sehe ich kein Problem. Das würden wir machen, wenn wir Zeit und Geld hätten. Ähm, ja, aber wir werden ja hier nur noch praktisch alles unter Dach und Fach bringen, bevor wir dann nächste Woche, hoppla, die Steuern sind ja noch so hoch, machen wir sie noch höher. Ne, mehr sind wir machen sie noch höher, um noch mehr Geld zu bekommen. Ich möchte mal sehen, was für Auswirkungen das hat, wenn man die Steuern auf 13% lassen. Ähm, und schnell haben wir auch gestellt. Genau, übermorgen werden wir also, nee, nächsten Montag, also in ein paar Folgen, werden wir eine neue Region beginnen. Deshalb ist jetzt eigentlich schon noch angesagt, Dinge ausprobieren und die Städte Städte sein lassen. Irgendwann werden wir hier bestimmt mal wieder vorbeigucken. Aber erstmal muss das hier so funktionieren. Glücksspielbericht, minus 57.000 Simoleons. Mensch, du machst Verlust, du bestimmt auch, weil die Statistik immer nur deinen Tag anzeigt und da der Tag gerade erst begonnen hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass jetzt nur angezeigt wird, was du heute an Umsatz gemacht hast und nicht, was du eigentlich an Umsatz machen müsstest. Und wir sind fast dabei, unser Gemeindehaus wieder abzugraden. Ach, das ist mir egal, das bringt jetzt eh nichts mehr. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Die Villa, die Villa, ach nee, die gibt es ja hier gar nicht, die gibt es nur in Egon Sonntagsberg. Ähm, und wir sehen, die Bevölkerung schwindet, sagen wir mal, nicht rapide. Die kann das ab, die Steuererhöhung. Und wenn wir 10.000 zusammen haben, nee. Gibt es eigentlich jemanden, der nicht ständig drei Kredite am Laufen hat? Okay, bei, äh, ich glaube, wir hatten ja schon ein, zwei Städte, bei denen wir keine Kredite am Laufen hatten, aber das lag hauptsächlich daran, dass wir eben lange gewartet haben. Ähm, und nicht daran, dass wir unglaublich gut gewirtschaftet haben. Wir haben ja überall mehr oder weniger plus, okay, außer ein C wie großes Industriegebiet, aber nichtsdestotrotz, ach, das sieht so schön aus. Ach, ähm, nichtsdestotrotz, äh, lassen wir uns jetzt hier nicht von ablenken. Denn, hier, ja, ähm, ich würde sagen, wenn, wenn ihr so viel Verlust macht, weil vorhin hat dieses Casino ja noch plus 30.000 gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich minus 31.000 macht. Wir haben das, glaube ich, Theater, das müssen ja eigentlich, ähm, ganz viele Leute hier in die Stadt locken. 6.000 plus Profit, das machen wir, investieren ist immer gut. Und, oh, die Leute in dem Top-Hochhaus sind leider verärgert. Was steht hier eigentlich? Teure, teures Urlaubsort. Das Ort. Teures Urlaubsort. Oh, hier oben, das Penthouse, mit Penthouse-Terrasse. Komm, kommst du her? Sehr schön, sehr schön. Diese Liebe zum Detail, das ist schon. Kurhaus, das ist ein Kurhaus, klar. Diese Liebe zum Detail, das ist schon, äh, jetzt müssen wir noch die Wichtige. Äh, äh, äh. Wenn hier einzeln die Lichter an- und ausgehen. Naja. Hier dieses Graffiti ist ganz bestimmt, ja, zeigt an, dass es hier Verbrechen gibt. Wenn wir die Verbrecherkarte uns anschauen, dann sehen wir das bestimmt auch. Äh, hier, und, äh, zack. Genau, Verbrechenskarte hoch. Da war ja bei Tropico 4, habe ich mich nämlich auch gefragt, ob, ähm, die Graffitis einfach nur schon von vornherein... Wirklich? Wirklich? Tatsächlich? Ja? Ja? Tatsächlich? Ja? Wirklich? Ich meine, seid ihr sicher? Dass der Einsatzplan das hier so vorsieht? Äh! Naja, wir haben ja aber in, ähm, äh, wobei das Verkehrskonzept war eine Zeit lang ganz gut. Also bis, äh, circa 50.000 Einwohner ging das ganz gut. Möchte ich behaupten wollen. Ähm, da kann man nichts sagen. Achso, jemand hat mich darauf hingewiesen, dass, äh, hier, durchschnittliche Wahl, 943 Passagiere verbunden mit Egon Sonnagsberg und Begonienheim und 15 Minuten durchschnittliche Wahlzeit. Warum sie nicht verbunden sind mit C wie großes Industriegebiet, ähm, weiß ich nicht so recht. Wahrscheinlich können wir dann hier auch noch so ein Frachtterminal bauen, um das hier zu verbessern. Aber, aber, Züge, dann frage ich mich auch, warum sind die Züge hier aktiv und du nicht, lieber Bahnhof? Du bist bestimmt nicht aktiv, weil, du, nee, du wirst einfach nur nicht angezeigt. Okay, das ist dein gutes Recht. Brauchst mir nicht immer, ähm, alles zu zeigen. Dafür haben wir hier eine Nissan Leaf Ladestation. Die Nissan Leaf Ladestation hat ungefähr mehrere 10.000 Arbeitsstunden verschlungen, um design zu werden. Und auch hier Anneliese Baumann hat gerade ihre Nissan Leaf aufgetankt. Werde jetzt hier ruckizucken um die Ecke, denn der Nissan Leaf ist nicht nur sparsam im Verbrauch, sondern auch flott auf der Straße. Der Nissan Leaf ist ab sofort bei Ihrem gut sortierten Autofachhändler verfügbar. Wenn Sie mehr Informationen dazu brauchen, fragen Sie Maxis oder kaufen Sie sich SimCity 5. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, Schleichwerbung mit Egon Sonn, wenn er dann wieder auf irgendwelche billigen Marketingtricks reinfällt und alle Leute davon in Ketten setzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis gleich. Ciao.